Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich ein Video vom PC oder auch von YouTube hier in PowerPoint richtig einfügen kann, damit das Ganze bei deiner Präsentation auch wirklich funktioniert. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal muss ich auf die entsprechende Folie gehen, wo ich das Video einfügen möchte, dann hier oben auf Einfügen klicken und ganz rechts drüben auf Video einmal gehen. Hier kann ich jetzt noch auswählen, ob ich ein Online-Video, also von zum Beispiel YouTube einfügen möchte oder eine Videodatei von meinem PC verwenden möchte. Zuerst möchte ich mal hier ein Video von YouTube einfügen, deswegen klicke ich hier auf Online-Video. Jetzt heißt es schon, ich soll die entsprechende URL von diesem Online-Video auch eingeben, weswegen ich mal hier in meinen Internetbrowser reingehe. Dieses Video finde ich relativ toll, deswegen einmal die URL hier oben mit STRG-C kopieren. Ich gehe wieder in PowerPoint rein und jetzt mit STRG-V das Ganze einfügen. Und hier unten natürlich auch noch mit Einfügen bestätigen. Und schon kannst du sehen, mein YouTube-Video ist hier richtig eingefügt worden. Ich kann das Ganze jetzt noch verschieben oder auch von der Größe hier verändern. Und wir können mal schauen, ob es auch wirklich funktioniert. Ich gehe hier unten rechts also mal in meine Bildschirmpräsentation rein. Und sobald ich jetzt zum Beispiel mit der Maus hier klicke, um den nächsten Schritt in PowerPoint zu starten, wird das Video auch schon automatisch abgespielt. Damit das Video auch ganz sicher bei deiner Präsentation abgespielt werden kann, benötigst du unbedingt eine stabile Internetverbindung. Und außerdem muss auf dem PC bzw. auf dem Laptop der Internet Explorer 11 installiert sein. Wenn du jetzt einen Laptop mit Windows 10 drauf hast, dann ist das Ganze automatisch schon vorinstalliert. Und du brauchst dir keine Sorgen machen. Um jetzt ein Video von meinem Computer einfügen zu können, gehen wir ähnlich vor. Wir klicken erst einmal auf die entsprechende Folie. Dann auf Einfügen. Hier rechts wieder auf Video. Und jetzt Video auf meinem Computer auswählen. Der Explorer öffnet sich schon automatisch. Und wir können die entsprechende Datei hier einfügen. Damit wir das bestmögliche Ergebnis erhalten, empfehle ich auf jeden Fall die Datei AVI, MP4 oder auch WMV zu verwenden. Ich nehme jetzt mal MP4 her, da ich das immer mache eigentlich. Dann habe ich hier unten noch die Möglichkeit bei Einfügen auf diesen kleinen Pfeil zu klicken. Und jetzt kann ich entweder meine Videodatei komplett in PowerPoint einfügen. Bedeutet, dass meine PowerPoint-Datei natürlich auch um diese 530 MB größer wird. Oder ich erstelle einfach so einen Link zu der Datei. Wichtig hierbei ist dann natürlich, dass auch diese Videodatei unbedingt in demselben Ordner wie meine PowerPoint-Präsentation sein sollte. Dass es hier nicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Ich persönlich empfehle auf jeden Fall, dass wir hier einfach auf Einfügen draufklicken. Denn es kann natürlich immer irgendwelche Probleme zwischen der Verknüpfung anschließend geben zu dem Video. Und das möchten wir auf gar keinen Fall haben. Das Ganze wurde jetzt eingefügt. Ich kann natürlich hier auch wieder die Größe auswählen. Und schon ist mein Video von dem Computer auch hier richtig eingefügt. Bevor ich es vergesse, die PowerPoint-Datei sollte unbedingt als PPTX abgespeichert werden. Das ist heute die gängige Version. Früher wurde noch PPT verwendet. Und hier kann es heutzutage einfach dazu kommen, dass wenn wir das Ganze so abspeichern, dass die Video-Wiedergabe nicht richtig funktioniert. Wenn du jetzt übrigens noch einstellen möchtest, dass sich das Video automatisch abspielen soll, wenn ein Folienwechsel hier stattfindet, dann einfach mal hier auf das Video draufklicken. Es öffnet sich hier oben die Möglichkeit auf Wiedergabe zu klicken. Und nun können wir hier nämlich bei Start in Klickreihenfolge noch auswählen, dass das Ganze automatisch starten soll. Und auch hier gibt es übrigens noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir auch das Video dementsprechend noch kürzen, wenn uns der Anfang nicht gefällt oder das Ende einfach nicht passt. Und somit haben wir jetzt auch schon die Videos von YouTube bzw. von unserem Computer richtig in die PowerPoint-Präsentation eingefügt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal.